So, da sind wir wieder, Freunde, bei Terranigma. Ach, ist das schön, das Spiel wieder zu spielen. Es war ewig her. Man dürft's auch merken, so von Qualität und Co. Also, ich glaub, da hatte ich noch mein altes... Hey, Jungs. Äh, da hatte ich noch mein altes... Die Quelle scheint aus dem Boden zu sprudeln. Da sieht die zufrieden aus. Das ist schön... Oh Gott, was hatte der für... Das ist eine heiße Quelle. Nein, so wie ich, der ging irgendwie so, dass es richtig weh getan hat. Egal. Was ist das? Was... Wenn jemand sagt, das ist eine heiße Quelle, wieso fragst du dann, was ist das? Er hat es doch gerade beantwortet. Egal. Ein Wunder der Natur, eine... Nein. Wartet. Ich brauch die Stimme. Nein, ich kann sie nicht mehr. Aber egal. Ich mach eine neue für ihn. Okay? Das macht doch nichts. Ein Wunder der Natur. Ein Heilbrunnen. Man kann dort seine Wunden heilen. Wie dieser... Geht hier. Doch, schein schwer verwundet. Wir bräuchten ein Eis... Was? Ein Eisblumenblatt. Für was soll dieses Blatt gut sein? Nun, es würde den Heilprozess beschleunigen. Ja, und er wird doch geheilt. Wieso soll ich jetzt noch... Kann ich mich hier heilen? Hier ist doch Heilbrunnen. Wieso... Wieso kann ich mich da nicht drin? Ich heil. Ich kann dich töten. Dann ist dein Schmerz vorbei. Wie wäre es? Ich kann nicht reinspringen. Und das ist doof. So, wo kriege ich diese komische... Eis-Irgendwas-Blume. So, das bist du. Ich glaube, ich kann hier nicht lang, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Gehen wir erst mal unten lang. Oder meine... Links ging es doch auch noch lang. Gehen wir erst mal hier lang. Sonst müssen wir so viel zurückklettern. Und das ist ja auch ekelhaft, nicht? So, hier können wir stehen, oder? Nein. Hier stehen wir einfach nur. Einfach so, weil es kann. Okay. Ähm... Können wir irgendwas machen? Da ist eine Höhle. Da können wir bestimmt das Eisblumenblatt. Whatever. Ja. Ähm, hallo? Ist er hier? Oh, was bist... Oh! Oh! Was bist du? Oh! Alter! Das ist halt irgendwie so... Wie Männer aus dem Eis, oder? Was? Du bist entdeckt. Oh, noose! Ich wurde von ihm entdeckt. Oh, hallo Stein. Boom! Ja, man. Tot bist du. Har, har. So. Kannst du doch... Du bist entdeckt. Oh, noose! Okay. Ich habe das mit dem Entdeckt, glaube ich, immer noch nicht verstanden. Oder habe ich es mal verstanden? Hier kann man lang. Gut. Ähm. Was bist du? Okay. Ich weiß nicht, was du bist. Egal. Kann man dich hier hochheben? Ja, man. Ja, man. Ja, man. Das ist da irgendwie ein Stein. Keine Ahnung. Was ist... Das ist das? Boom! Ja, du hast aber lange gebraucht, zu explodieren. So. Boom. Boah, 208 Kript, ey. Das ist... Cookie ist ver... Nein! Ich... Was? Oh mein Gott. Was mache ich? Was? Was? Oh mein Gott. Was mache ich? Ich bitte... Hör auf. Hör auf, verwirrt zu sein. Oh mein Gott. Ich habe gerade das Gefühl, das hat gar nichts gebracht. Mach es tot. Wieso kann ich es nicht... Wieso kann ich es nicht kaputt machen? Mach es doch. Hör auf, verwirrt zu sein. Hör auf. Verwirrt zu sein? Ah! Wieso? Okay, der kommt zu lang nicht. Bin ich immer noch verwirrt? Wieso bin ich immer noch verwirrt? Das... Wie lang hält? Wie... Wie? Hör auf! Er wird so tun. Du... Wieso kann ich ihn nicht... Wieso ist der Unzerstörbar? Lauf! Wieso? Oh mein Gott. Ich bin verwirrt. Nicht nur ingame. Ich bin allgemein sehr verwirrt. Ja. Danke. Oh mein Gott. Ich habe ein Problem. Warte mal. Ich... 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 Ich mache das komische Ding jetzt nochmal, was ich hier gemacht habe. Windzauber? Nein. Wie... Wie... Anders. Nein. Nein! Nein! Hör auf! Kann ich das nur einmal machen? Ich habe den Kummer und Feuer zaubern. Ich meine, der war cool. Ähm... Wie sind viele Vögel? Yes, Mann! Nicht mehr verwirrt. Okay. Jetzt kann man ja... Scheißviech! Wieso? Wehe du! Vermürst mich nochmal, du Gesicht, du hässliches... Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das Assi gerade, ey. Boah. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man... Keine Zauberflüche... Ja, man kann die nur einmal verwenden anscheinend. Und... Ich weiß jetzt, wie sie gehen. Ich... Keine Ahnung, wieso das früher nie funktioniert. Früher konnte ich doch irgendwie nie zaubern, oder? War da nicht irgendwas, dass ich nie eine Ahnung hatte, wie das ging? Oh, jetzt komme ich immer auf Zauberflüche. Jetzt haue ich gleich mal meinen Besten raus. Keiler Scheiß. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, wie es geht. Ist toll. So, hier geht's rein. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Das ist toll. Oh mein Gott, was? 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 Hör auf, verwirrend zu sein, Spiel. Okay, spät mal, genau. Ah, nee. Äh. Äh. Jetzt will ich wieder in meine komische Waffe wächst, dass das so... Pst. Das war die... Die graue, war sie, glaube ich. Kanitspeer. Okay. Wie, 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 Kinders? Nein, das war... War das der Dornenspeer? Die Dornenlanze? Ich habe gerade keine Ahnung. Mit irgendeiner Waffe konnte man die doch kaputt machen, oder? Oder waren das einfach Schiebefelsen? Was? Also wenn, dann mit dem Granditspeer. Hundertprozentig, aber... Mann. Ich glaube, das ist ein... Nein, das ist einfach nur ein Schiebefelsen, glaube ich. Wenn man von der anderen Seite wieder zurückkommt. Also, kommen wir nicht lang. Okay. Gut zu wissen. Danke für die Info. Ho, ho. Nein. Weg. Einfach nur weg. Oh nein, erlebt noch nicht verwirren. Verwirren ist schlechtes Ding. Okay. Ähm, da gehen wir doch lieber mal erstmal... ...da runter irgendwie. Also, jetzt müssen wir wieder zurück. Hm. Ey, Mann, ich will mich da heilen. Ich kann da nicht rein in die schöne heilende Quelle. Was ist denn das für ein... ...kack, ey. So, die Heetis lasse ich mal in Ruhe. Nein. M-m-m. Sterbt einfach. Ihr seid eklig. Genau wie der Rest von euch. Du bist cool, Yeti. Ich lasse dich in Ruhe, okay? Au! Wieso schlägst du mich? Ich hab dir nichts ge... ...und... ...nein. Ich stirb so. Was, Mann. Gib mir Geld. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Money. Du komisches Eis-Kristall-Monster. Du... ...du kannst zwar irgendwie kein Geld haben, aber du hast Geld. Und du... ...freut mich. Also... ...also... ...wenn du mal... ...jetzt Casino oder so gehst... ...ist auch kein Problem. ...gegeben. Ey, ups. Ups. Aha. Ich gebe alle Geld. Also 25 Geld. Und ein 50er. Crypt. Neu-Ide. Unglaublich. Komm her. Oh. Oh-oh. Boah. Triple kill. Jemann. Oh-oh. Unglaublich. Hey. Du sollst sterben. Verstanden. Oh-oh. Er kommt so stark. Hahaha. Hier war doch nur so Pum, oder? Wieso geh ich hier hin? Meine Phrase. Äh. Wieso geh ich überhaupt hier grad zurück? Nein. Ich muss da wieder hoch. Oh mein Gott. Oh shit. Irgendwo ging's doch noch woanders lang. Idiot. Lass mich hoch. Tschööö. Irgendwo ging's doch noch... Wo die? Wo denn die? Irgendwo? Ich weiß es grad nicht. Da ging's nicht lang. Höh. Höh. Ach, warte mal. Da oben war doch noch so ne Brücke. Vielleicht kann ich da ins Wasser springen. Und ich sterb vielleicht nicht. Vielleicht kann ich da schwimmen und dann irgendwo anders. Genau. Das machen wir jetzt. Toller Plan. Okay. Ähm. Flop. Ja. Spring. Nein. Nicht springen. Nein. Okay. Nicht. Ähm. Gut. Dann hab ich ehrlich gesagt wenig Ahnung, wo ich lang muss. Gehen wir nochmal in die Höhle. Oder da hinten? Nein. Da ist ne Blume. Ich will's wieder bluten. Okay. Aber hier kann man nicht anders... Nein. So. Ach doch. Hier kann man... Okay. Aber das bringt mir nichts. Okay. Ähm. Da kann man nicht lang... Hier kann man nicht... Kann man ja runtersprengen? Wieso kannst du da nicht runtersprengen? Ging doch immer. Okay. Jetzt sind wir mal in die Höhle wieder. Oh la 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 la. Okay. Jetzt kommen wir den kleinen Pillen Menschen wieder. Boom. Boom. Aber man kann so einen Doppelschlag machen. Das ist interessant. So. Du bist jetzt auch tot. Ähm. Gut. Jetzt ist meine allgemein... Oh. Dieses Spiel ist echt dazu... Dafür gemacht, nicht zu wissen, wo es lang geht. Das sieht aber voll so aus, als müssten wir hier lang. Nein. Nicht dagegen werfen. Dagegen werfen. Boom. Scheiße. Äh. Ich will nicht da zu diesen Typen. Sind eklig. Hier stunt doch nur, oder? Genau. So. Nein. Oh. Hier muss doch irgendwas sein. Sonst würde es doch hier nicht so random weitergehen. Was bist du eigentlich? Aha. Hm. Au. Hör auf. Hör auf. Oh. Ich mach den neuen Schaden. Okay. Das ist gut. Ähm. Boom. Wow. Au. Was zum? Das ist rutschig. Da sollte man ein Schild aufstellen. Da kann sich ja nochmal jemand verletzen. Beziehungsweise, der hat sich gerade einer. Das ist meine Fresse und ich bin kurz vorm Abkratzen, ey. Gott. Kinnas. Wieso ist das? Oh. Hallo. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ich will jetzt nicht zu viel Zeug... Immer ver... Oh mein Gott. Was seid ihr? Ach. Ihr seid diese... Wir verschwinden mal schnell und... Ach. Ihr könnt euch noch irgendwie duplizieren. Okay. Ist cool. Oh. Kaputt. Ähm. Okay. Gehen wir hier lang. Ja. Blume. Ich bin eine Heißblume. Meine Blätter heilen Wunden. Wirf ein Blatt in eine heiße Quelle und bade darin, um Wunden zu heilen. Ich gebe dir ein Blatt. Ich bin so nett. Hier. Hast ein Heißblumenblatt. Ha 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 ha. Ist ja nicht so irgendwie, dass vorhin auch noch so... Ähm. Dass vorhin auch noch so eine Blume war und... Naja. Egal. Äh. Können wir hier gleich runterspringen? Das wäre Spitzenklasse. Nein. Können wir nicht. Cool. So, Leute. Ihr seid mir gerade egal. Ihr seid mir schnutzpipiger. Ganz ehrlich. Ich will in meine heiße Quelle baden. Jetzt. Genauso wie... Du mir egal bist. Genau. Du? Wo bist du? Da. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Weg hier. Ich, ich, ich mag nicht Typen, die verwirren. Die sind so verwirren. Okay. Okay. Ab in die heiße Quelle. Yo, Bro. Jetzt gibt's... Oho, Nacktbaden mit dem Jepi. garan ja alles kann so muss ich die zu standards verwenden Nikki bei uns nicht was neil Töre ausfalls das sent 3 Black wächtest Du das anwählen 18 ausgerüstet istAD der WI konnte Man Hale хnt Group Note Kukkui wirft das Eisblumenblad in die heiße Quelle ich will mit mir springen mit meine monaten sind geheilt du mein Freund, du mitkommen nein lass mich erst in neue Quelle rein darf ich darf ich jetzt rein ich will heilen wieso das ist nur für Yetis oder was da steht mir kein Schild nur für Yetis oder lass mich ne Knolle fressen wir haben 6, ah das ist gut ja ok benutzt guter Knolle benutzen wir die, die brauchen wir nicht ja wie viel gibt sie 20, wow cool und bevor wir mit unserem Freund, dem Yeti der uns wahrscheinlich rüberschmeißen wird ja wahrscheinlich weitermachen sag ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal bis Ende